Das Planungs- und Ingenieurbüro Wilms aus Kellberg sucht zur Verstärkung seines Teams einen Bauleiter oder Projektleiter. Mein Name ist Bernd Wilms. Ich bin Inhaber des 1960 gegründeten Planungs- und Ingenieurbüros Wilms aus Kellberg in der Eifel in der Nähe des Nürburgrings. Unser Büro realisiert seit über 60 Jahren erfolgreich Projekte in allen Bereichen des Hochbaus. Wir planen und betreuen Baumaßnahmen sowohl für private als auch für öffentliche Bauherren in ganz Rheinland-Pfalz. Ein weiterer Schwerpunkt unseres Büros ist die Modernisierung, Sanierung und Erweiterung vom Bestandsgebäude. Mein Name ist Patrick Hunz, staatlich geprüfter Hochbautechniker und hier beim Planungs- und Ingenieurbüro Wilms im Bereich der Bau- und Projektleitung tätig. Durch ein flexibles Zeitmodell ist es mir auch als junger Vater möglich, den Bedürfnissen meiner Familie gerecht zu werden und meine Arbeitszeit individuell zu gestalten. Zudem werde ich aktuell durch ein Firmenstipendium unterstützt und absolviere damit mein Studium zum Bauingenieur. Ich bin Stefan Dorringen, Maurermeister und Betonbauermeister. Seit zwei Jahren arbeite ich im Büro Wilms und habe den Wechsel nicht bereut. Von Anfang an habe ich mich im Tierwohl gefühlt und kann wirklich von einem Team sprechen. Meine Aufgaben bestehen darin, die Projekte vom ersten Kundenkontakt über die Ausführungsplanung bis hin zur Bauleitung und Abnahme zu betreuen. Wenn du Spaß an der Realisierung von spannenden Hochbaumaßnahmen hast und eine Baumaßnahme vom Anfang bis zum Ende betreuen möchtest, von der Planung bis zur Fertigstellung einer Baumaßnahme, kannst du bei uns dein Können und deine Ideen einbringen. Ich bin frei in meiner Zeiteinteilung, in der Wahl, wie ich meine Aufgaben abarbeite. Ich kenne auch andere Arbeitsbedingungen und kann daher sagen, ich gehe richtig gerne arbeiten. Wenn dir das Video gefallen hat und du dir vorstellen kannst, mit uns gemeinsam in deine neue berufliche Zukunft zu starten, dann klicke einfach auf den Link und beantworte uns ein paar Fragen. Wir melden uns bei dir. Wir freuen uns auf dich.